Guten Morgen aus den A-Js, gleich wie immer am Freitag um 39, heute mal mit Bauchbeine hoch. Ich hoffe, ihr seid fit und schaltet euch jetzt gleich mal rein und ihr seht schon, wir nutzen für Bauchbeine gut heute das Terrawand. Also, legt aus eurer Wand zurecht, trinkt einen großen Schluck Wasser, macht euch schon so ein bisschen warm und beweglich, ein paar mal rechnen und dann würde ich sagen, gehen wir in einer Minute los. Ich hoffe, ihr seid gesund und euch geht's gut. Hey, Juli, guten Morgen. Bist du leicht dabei, oder? Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Und eine ganz besondere Grußwolle nach draußen, die wir jetzt nicht sehen, aber egal. Alle, die es sehen, seit Frank Engels, die Barbara, unsere Barbara hat heute Geburtstag. Und wir wünschen natürlich alles, 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 alles Gute. Ich kenne so viele, die dieses Jahr auch so richtig große Feiern und dann würde ich sagen, die Frau ist auch dabei. Also, wer geht hier die Nummer von der Barbara an? Formatiert sie doch jetzt mal und wünscht ihr alles Gute. Wer geht hier die Nummer, was ihr braucht, statt mir, kriegt ihr von mir auch, damit keine richtig stressigen Fahrradart und sich vor Blumen und Buchen und Geschenken nicht retten kann. So, guten Morgen, Frau. Schön, dass es da ist. Und dann würde ich sagen, Katrin ist auch dabei. Wunderbar, sind wir jetzt vollzählig. Dann legen wir jetzt los. Und zwar dürft ihr gleich euer Teraband zur Hand nehmen und dann mit beiden Füßen draufsteigen. So ein bisschen einmal rundherum wickeln muss kein starker Druck erstmal sein. Und wir legen locker los nach außen. Perfekt. So. Erstfrequenzmesser sind hoffentlich alle an. Ihr solltet immer mal dazwischen schauen, so. Und wir erhöhen den Rhythmus nach außen. Und jetzt bitte, dass du die Schultern nach hinten ziehst. Und es hilft dir immer bitte dabei, wenn deine Laune nach außen nach hinten dreht. Schön. Mach schöne große Schritte. Ja, danke für die Herzchen. Brauchen wir mal. Schick doch mal richtig viel Energie in die Runde. Und ich sage es immer kurz. Diejenigen, die die meiste Energie versprühen, da zacken wir die Energie ab. Diejenigen, die keine Energie versprühen, die lassen wir nur und denen versuchen wir Energie zu schicken. Okay? Also ich schicke euch jetzt all meine Energie, die ich heute morgen noch habe. Jawohl. So. Der Kühle kommt. Das ist schon richtig. Geht nach außen. Ich hab ein bisschen vorne. So. Vielleicht spürt einer oder andere schon. Röntgen, Röntgen, Röntgen. Blöcke. Es darf wohl zu brennen beginnen. Bitte. Lass da unterhalten. Deine Schultern sind hinten und unten. Röntgen dich auf. Röntgen dich. Jawohl. Schöne. großen Schritte. Wir haben ruhig hier noch ein paar Minütchen Zeit. Also, wer kein Wand hat, macht es ein bisschen größer den Schritt. Wir wollen die Herzblätter jetzt nach oben kommen. Die Beine schön aufwärmen. Auf allen hoch ist unsere Ausgabe heute Morgen. Dafür haben wir eine halbe Stunde Zeit. Schluss. Wer jetzt keine Zeit verbreitet hat, macht einfach abends ganze Spiegel. Schön. So, wir sind in der Endspur. Jetzt darf es schon brennen. Wir haben den Betonstoff beim Dauertraining. Wir machen das Ganze gleich mit meinem Musikkater. Ich mache es ja nicht lauend. Wir machen das Team. Hallo, mein eigenes Gefühl. Das ist Theoretic. Zeitplatz, dass wir uns hier wieder zusammen um mal wieder den ganzen Spott zu sagen, was er hier ist. Wir machen das Team. Schön. Wir machen das Spiel eigentlich geschafft. Jetzt bist du noch ein bisschen aktiver. Schön raus. Schieß den Bauch an den Himmel. Jetzt kontrollierst du Fußgelenke, Kniegelenke, Hüttchen, Enkel. Jetzt, was wir schaffen, es wird uns ein bisschen wärmer. Doch. Wenn du mehr Spannung kommst, beugst deinem Körper. Dann bist du zwölf. Und eine Spur. Acht. Jetzt sieben. Füß hoch. Sechs. Wunderbar. Letzte vier Sekunden. Und dann ist es vorbei. Zwei noch. Und lösen. Hei, 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 hei. Ein bisschen hin und her. Beugen. Kippen dein Becken. Und steigst du mit dem rechten Fuß ein. Und jetzt wickel das Wasser bitte noch etwas mehr. Um dein Handgelenk in den Breitenkeit. Mach dein Liebesbein. Zähne schon fest. Hebe das rechte Bein. Versuch deinen Liebseits anzuspannen. Versuch das bis zu nach hinten nach unten. Das rechte Bein. Kick nach vorne und nach unten lehnen. Schön. Streck dir deine Kniegelenke. Rutsch, die Oberschenken, Vorderseite, recht. Schön hoch die Strecke nach unten. Wenn du merkst, dass es noch die Füße auf 21 steht, dann lehnen wir ihn nach hinten. Irgendwo an die Wand. Dann schließt du dir noch ein bisschen gerade. Und schließt du das. Gut, fester Druck. Schön. Komm. Beine, Arme. Halt dich. Wieser Spannung. Erliegen. Gut, geräumt. Gerade. Gerade. Zieh. Du kannst nicht nach unten. Acht mehr. Sieben. Zwölf. Sechs. Fünf. Oh, noch vier. Strecken durch. Drei. Und jetzt bleibt das Bein hier unten hier vorne. Du kickst. Ja, sicher. Ach so, neuer. Noch einsteigend. Einsteigend. Die Hirntale ist begonnen. Schön, okay. Knie. Durchstrecken. Gut, das ist jetzt mal richtig. Acht in die Strecke. Fester. Noch sieben. Noch ein bisschen mehr. Jawohl. Vier bekommene Hände. So, wir sind hier zusammen. Hüben fest und fest. Schön. Oh. Stell jetzt ab. Nehmen die Hände mal kurz ein bisschen raus. Locker drücken die Hände. Achtung, aufpassen. Linker Fuß. Steig jetzt nach vorne. Link nach der Seite. Schick jetzt hier nochmal. Bringt ihr das Spannungsleinbar. Geht ihr rechtes Fuß wieder ab. Beuge die Arme wieder schön. Und jetzt kickst du. Nach hinten. Nach unten. Kick. Kick. Schön. Und wieder streckst du das Knie krass voll durch. Spann dich obergerecht nach. Schöner Druck. Komm. Jawohl. Schultern zum Hinten. Bizeps. Aufspann. Du entscheidest, wie brauchst du das Band. Und dein Handgelenke wickelt ab. Und den breiten Teil deiner Hand. Aber schön gerade. Druck. Druck. Schön. Immer noch eine richtige Seite. Fest verbinden. Arbeite aktiv. Knüpf deine Gelenke. Und schon wieder die letzte Nacht. Sieben. Akzentiere dich auf einen festen Punkt. Das macht auch gerade. Damit wir fest stehen. Und den letzten. Hältst du wieder hinten. Schöner, fester Druck. Kick nach hinten. Streck das Bein. Richte dich nochmal auf. Standbein fest. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Abstell. Wickel deine Hände. Wickel noch einmal aus. Und dann gehst du mit dem linken Bein wieder nach hinten. Rechter Fuß. Batsch. Diesmal brauchst du, dass du das Band nicht von deinen Handgelenken entwickeln. Sondern du hältst nur die Enden fest. Jetzt gehst du bitte mit deiner linken Ferse hier an das Band ran. Und streckst das Bein nach vorne aus. Du stehst jetzt ganz gerade. So ein bisschen wie ein Ballett. Und jetzt schiebst du die linke Ferse zu vorne. Die Innenseite. Links arbeiten. Innen. Schöner vorschieben. Jetzt stell dir mal dein Standbein vor. Stell dir die Biedelsäule vor. Das ist eine Einheit. Der Kopf wird hoch nach oben. Richtig stolz drauf. Gut. Die Schultern ziehen hinten zusammen. Auch wenn die Arten vorne sind. Deine Handgelenke, deine Elbungen noch einmal fest. Die ganze Körper arbeiten. Und du drückst nach vorne. Jawohl. Komm. Set. Noch ein bisschen fester. Spür das bitte in deinem Standbein. In der rechten Gesäßhälfte. In der Innenseite links. Und dann gab es noch Spannung. Noch sieben. Noch sechs. Noch fünf. Sensationell. Hüter. Drei. Letzten zwei. Und jetzt mal locker. Und jetzt mal locker. Marschieren. Wenn du möchtest, drehst du jetzt mal. Wenn du möchtest, lockere deine Schultern aus. Und dann nimmst du wieder die beiden Enden. Und wir gehen einmal bitte mit dem rechten Fuß in die Mitte. Und jetzt Achtung. Und jetzt Achtung. Und bei beiden Enden. Auf die linke Seite. Und steig mit dem linken Fuß. Und dann oben drauf. Auf die beiden Enden drauf. Und wenn du mit dem Zug noch Sterbe haben willst, wickelst du nur einmal in die Mitte. Und die rechte Hand bleibt wieder mit dem Schläfe. Offiziell. Genau. Taille. Bauchmuskeln. Was machst du mit deiner Lebenssäule? Wie streckst du bitte? Es fühlt sich an, als ob sich jemand zur Decke zieht. Deine Knie können jetzt mal richtig durchgestreckt sein. Vom Bauchnabel abwärts bist du wie in Beton. Felsenfest. Es bewegt sich dein Oberkörper. Und zwar bitte nach rechts und nach links. Jawohl. Schön. Fahr. Sieh schön. Versuch dich noch ein bisschen lang zu machen. Und ja. Wir halten den rechten Arm oben. Rechte Schultern. Ist auch spannender. Das rechte Schulterblatt zieht zu deiner Lebenssäule. Wir nehmen seit jedem Muskel, den wir erwischen können. Um richtig schön aktiv in den Tag zu starten. Oder man kümmern auch das Video nochmals. Richtig. Viele Muskeln gleichzeit arbeiten lassen. Schön. Auch hier die letzten Tage gleich vorbei. Fasten ziehen. Jetzt nimmst du noch mal jedes Mal, wenn du nach rechts ziehst. Und den Bauchnabel nach innen. Nach innen. Noch fester. Nach innen. Komm. Acht Stück Kötze. Sieben. Sechs. Wunderschön. Komm. Wir gehen auch noch zum Größte. Zwei. Und flacher. Steig wieder aus. Nimm dieses Band wieder rechts, links. Schön in beide Hände. Und steig wieder. Zu Beginn. Hier drauf. Vielleicht machst du es denn jetzt ein bisschen schwerer. Und wir gehen nach links und rechts. Gut. Wir machen die Beine. Äh. Schön warm und heiß. Zieh die Daumen raus. Und kurz von mir. Nach vorne. Schön. Und in der ersten Runde haben wir da vier Minuten dran gearbeitet. Nach genauer Schau. Vielleicht brauchen wir mal der zweiten Runde ganz so rakt. Die Außenwalt in den Ober zum Fremden zu bringen. Komm. Jetzt bau noch mal Spannung auf. Streck nicht. Zieh den Bauch ein. Wo ist es? Richtig wieder. Richtig wieder. Yes. Sehr gut. Volle Energie habt ihr. In der Prüfe. Kann man mal. Einmal. Wie ist das? Einmal. Eine umfassvollständige Runde. Dann steh den Bauch. Dann kann. Schön. Arbeiten hier. Zu bestellen, wie die Gestattung aus deinem Mund ist. Gut. Damit geht's jetzt. Schön, dass du siehst. Genau. Vielleicht kommt man natürlich auch auf der anderen Seite. Eine Frage. Ah, jetzt fängt es langsam anzubringen. Aber jetzt tun wir das. Immer mal fest, gibt es. Echt nebenan steigen. Ziehen den Unterarm. Das ist noch oben. Das ist ein guter Arme hier. Und dein Ellenbind. Jetzt fass mal aus, dass du die Ellen hoch. Nicht so weit nach hinten schieb. Sondern schieb ihn mal nach vorne. Dass du deine Hände im Augenwinkel sehen kannst. Ja. Genau so. So, mach weiter. Schön groß. Endspurt. Jawoll. Halt in Geduld. Hohbacken aktiv anspannen. Bauch noch mal nach hinten ziehen. Verwischen selbst. Wie die Ellenbind funktionieren nach vorne. Wunderbar. Letzten paar wiederholen. Und wir stehen mit vor. Sein Stuhl. Komm. Wenden wir ein bisschen größer mit dem Schritt. Acht Stuhl. Los. Sieben. Sechs. Perfekt gemacht. Noch mal vier Kusse. Drei. Zwei. 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 Locker. Sieben. 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 Einmal absteigen. Die Mitte. Auf den Boden. Linker Fuß steigen ab. Und jetzt wird es kräftig. Weg. Weg. Rechts ist deine Stampe. Das wird jetzt wieder fest. Gemeinsam mit deiner Windräume. Eine Linie. Zieh das Lenkenknie nach oben. Mach hier fest. Und drückst. Nach vorne. Nach unten. Nach vorne. Vielleicht geht es auf der Seite schon viel besser wie auf der anderen Seite. Das ist ganz normal. Die Seite wird immer unterschiedlich stark. Oder haben wir unterschiedliche Formulativfähigkeiten. Aber es ist schon mal schön, wenn du Schicht stellst. Gut. Und versuch es gut zu machen. Komm, ruhig jetzt hier. Linkes Knie streckst du mittel. Voll durch. Genau. Moment mal in der Wacke. Wer es nicht wirkt. Lass deine Liefenmuskulatur. Schöne Arbeite. Wie du siehst. Geht nur auf zurück. Schön. Komm. Druck nach unten. Drei noch. Und dann riechst du das Bein gestreckt. Jetzt ganz knapp. Kick. Kick. Verstrecken. Ja. Strecken bitte. Noch mehr strecken. Jetzt auch. Feste. Noch ein bisschen. Vier. Letzten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Abstecken. Gerne mal dazwischen auslockern. Kante lenken. Achtung. Höchster Fuß. Steig nach vorne. Drehmig zur Seite. Und wir wickeln wieder. Feste. Achtung mal bevor du wickelst. Nimm bitte die breiten Teile unter den Daumen von deinem Hand. Hinten Finger einbrechen. Hinten. 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 Immer noch dabei. Wir haben den Bädel. Haben wir noch ein paar? Yes. Ich kann nur sagen, das sieht hier wird schnell aus. Schön Spannung. Schön Atmung. Über eine Höchstnote. Immer sieben Stück. Komm zurück fest an. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Achtung. Hinten halten. Ganz klein. Kick. 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 Und wenn man ein Schlagbein bleibt, sehr schön brennt. Machst du erst genau richtig. Schöner Druck. Gleichgewicht nicht verlieren. Nach hinten. Die letzten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Abstellen. Jawohl. Gebringt sie heute. Ratsch. Zum Schwinnzug. Drei. Arbeit hier. So. Was macht ihr rechte Füße? Wir steigen bitte. Wieder nach hinten. Du nimmst wieder nur oben die Hände. Streik die Arme. Aus. Kommt wieder in deine schöne Ballettposition. Und die rechte Ferse. Spießt hier das Band auf. Jetzt streifst du dich. Genau. Und ganz klein nach vorne. Ruf. Innenseite rechts. Standbein links. Hinten. Allein im Rücken. Zwischen deinen Schulterblättern. Spürst du eine Spannung. Wenn du einen Spiegel hast. Dann schau bitte mal auf deine Schultern. Tief sitzen. Meistens wenn du mit deinem Inneren. Und die Schultern. Sogar noch mal ein, zwei Zentimeter tiefer. Jawohl. Schön die Innenseite. Fester Druck. Wunderbar. Und schau seit 20 Minuten. Arme ein bisschen aktiv an deinen Beinen. An deiner Haltung. Alles ist still. Ist Haltung. Wunderbar. Mach die Flecken noch mal ein bisschen aufrechter. Erhebe die Spannung aus deinem Standbein. Stand an den Beobachten. Hinter an den Bauchmuskeln. Noch acht. Noch sieben. Drück ein bisschen fester. Tun hier nach vorne. Und jetzt letzte vier. Drei. Zwei. Arme. Der linke Fuß bleibt bitte in der Mitte stehen. Und nimm bitte beide Enden deines Bands. Auf die rechte Seite. Und dann zieh das Band so ein bisschen nach rechts. Du steigst mit dem rechten Fuß. Von oben auf beide Enden. Der linke Fuß ist richtig eingeführt. Wenn du möchtest, bringst du noch mal. Bände mir wieder stand raus. Mach die Beine fest. Zieh den Bauch ein. Spann den Po aktiv an. Streck dich bitte. Und dann geht's los. Links, rechts. Beide Seite. Jetzt bitte anspannen. Einziehen den Bauch. Es gibt noch vier Muskelgruppen. Die kannst du aktiv anspannen. Und im Training machst du das bitte auch. Ganz bewusst. Ganz kontrolliert. Jetzt zum Beispiel die Gesäßmuskulatur. Die Oberschenkel, die Vorderseite, die deine Knie streckt. Die Bauchmuskeln. Und jedes Mal. Einziehen. Nur wieder hier. Einziehen. Aktiv. Einziehen. Schütteln. Mach deine größten Bewegungen. Immer wieder dabei strecken, strecken, strecken. Denk an die Lippen-Säule. Gut, gut, gut. Ergehen noch ein paar Wiederholungen. Schön ruhig halten. Gleich vorbei hier. Werf nochmal größer, weil das deine Rücken zulässt. Wunderbar. Wenn du die Augen in die Öffnung mitlässt, wenn du die Augen schlägst, wie du hier schlägst. Also schön eine Versuchung zu trennen. Und drei. Und durch. Endspurt steht mir vor. Endspurt heißt immer für dich. Alle Muskelgruppen, die du anspannen kannst, den Bonus erhöhen. Mehr Bauch, mehr Po, mehr Oberschenkel, Vorderseite. Zwölf wieder ohne. Jawohl. Gucken wir bitte den Dauerstoff in den Körper. Letzte Lachen. Atmen. Sieben. Nix. Sturm und Nase. Und die letzte. Vier. Noch drei. Noch zwei. Hübschen. 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 えっ. Advertin. Nicht überhaupt vem reinvent. Aufsteigen. Steine, Beine aus. Eine Schulter. Steine. Und dann gehen wir ein bisschen tiefer aus dem Boden und du solltest, ich habe schon nur oft gesagt, vielleicht habt ihr euch alle gehört, wenn man oben sitzt, bequem sitzt, das muss hier nicht gut geraten sein, wenn es hier zu umgekehrt ist, dann einfach eine Hand drin. So, jetzt wollen wir aber noch mal an der Irgenweite arbeiten und auch das Enkel von mir, gerne wir etwas zwischen diesen Nieren einsetzen, der vor allem, die Laksweiler mit Lederkühlen und dann rückst du jetzt aufs besten Cut. Wir aktivieren den Blut nach links. Wenn man deinen Arm nach vorne legt, mach das aus. Und dann leh dich nicht zurück, dass du die Bauchmuskeln spürst. Und dann legst du einmal nach. Einmal links. Mit dem Ellenbogen nach hinten. Schau nochmal nach hinten. Wo geht denn dein Ellenbogen hin? Berühr deinen Boden. So kannst du vielleicht noch einen Zentimeter weiter gehen. Und jedes Mal mit dem Ellenbogen in den Arm kommt. Dann strechen die Knie und das andere zusammen. Druck. Hoch. Druck. Hoch. Druck. Aktiv anspannen. Wieder den Arm. Einziehen bitte. Nach innen arbeiten. Acht. Sieben. Ich sehe, dass du noch nicht aneignest. Das muss noch ein bisschen zittert. Vier. Schau. Zwei. 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 Kurz Pause. Nimm das Hand auf die Seite. Und jetzt leg mal nach hinten mit den Händen. Zieh mal den Brustkopf nach oben. Oben lang. Geh den rechten Fuß ab. Streck nach vorne aus. Und jetzt achte bitte aus. Einen festen Oberkopf. Zieh deine Schultern nach unten. Streck das Knie durch. Das ist kein Gewicht. Das ist nur deine eigene Kraft hier. Fest strecken. Die Absteuer. Stehen schon mal. Gegen den Widerstand. Jetzt hast du keinen Widerstand. Du stellst dir vor wie in der Reinfresse. Aber du hast die Schwerkraft. Und die zieht. Das war jetzt auch strecklich zum Boden. Jetzt dagegen. Für folge Spann. Bauch ist eingezogen. Knie streckt. Die letzte vier. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Immer das Gesicht entspannen. Achtung. Halt. Zwei. Gestreck. Und die ist ganz klein. Schau mal auf, wie das Knie ist. Wie du Scheinlöscher. Schau mal auf, wie das Knie hier bewegt. Schau mal auf, wie das Knie hier bewegt. Schau mal auf, wie das Knie hier bewegt. Schau mal auf, wie das Knie ist. Da siehst du die Routation. Vielleicht streckst du dich nochmal. Noch mal. Letzten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Schwerglafengewinn. Sehr gut. Schau mal nochmal. Dann noch mal Spann in deinen Körper. Richte dich wieder auf. Mit seiner Hand. Mach dich schön dick, da ist noch was zu drücken. Mach dich lang. In den Hände. Mach es mal nach vorne. Mach eine Faust hier. Nimm dich bitte diesmal etwas weiter zurück, wenn du deine Rückenes zulässt. Hier spürst du nur vorne den Bauch. Nicht den Türen weg. Nimm zurück. Drei zurück. Wenn du hier eine Hupflicht für die Nähe machen kannst. Lass du das hier machen. Wenn das nicht geht wegen der Brücke. Dann hältst du dich hier und stellst dich vielleicht mal an, um mit den Armen zu arbeiten. Ja. Ja. Aber was machst du hier? Wir arbeiten an der Innenseite. Wir sind halt auch bei der letzten Minute schon angelangt. Das heißt, wir drücken es nochmal. Du setzt die Hand. Du willst das Wort spüren. Du willst das Wort spüren. Über den Wort spüren. Dann wieder losst du. Acht. Arbeiten. Letztes. Arbeiten. Ohne. Sonsten. Acht. Sieben. 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 Sechs. Schön zurück. Schau zurück. Noch vier. Drei. Jetzt drücken wir mal fest hin. Zwei. Oh. Stress. Ich mach dich lang. Atem weg. Hände nach hinten. Füße aufstellen. Den Brust und Hände hoch. Linker Fuß. Eben. Abziehen. Die Zehenspitze rein. Und los geht's. Druck nach vorne. Schreck nach vorne. Komm. Und hier. Du hast du gut mitgehalten. Gut. Richtig gut gemacht. Du kannst stolzer aus dich. Jedes Mal wieder. Gut. Lass das nicht aus, oder? Du machst das genau richtig. Regelmäßig. Bleib schon dran. Das ist zu viel. Du kannst dir gar nicht vorstellen. Wie sieht das? Vor allem solche Zehenspitze. Lass den durchhalten. Und das Allerschönste daran. Du bist ein Vogel. Für so viele Menschen. Komm. Die letzten vier. Strecke. Drei. Jetzt bremst du schon so richtig. Die Schwerkraft. Halte. Der Kleinscheibenwischer. Streck dich doch mal aus. Mach die Schultern. Noch mal. Ein bisschen nach unten. Und den Tisch lang. Jawohl. Die letzten. Vier. Drei. Stärker. Gewiss. Locker. Bleiben hier mal ganz glücklich. Ganz locker. Und dann komm mal bitte gleich nach oben. Lachen. Aus deinen Knie. Und wenn das umgeklebt ist. Auch hier wieder. Für die Knie. Nimm mit dir das Hand runter. Die Knie. Das muss nicht mehr tun. Aufrichten. Rechtes Bein. Große Stücken vorne. Und dann lebst du dich richtig schön rein. Und genau. Fünftäuger. Linke Seite. Stell dir vor hinten. Das Knie ist festgeklebt. Und du ziehst so ein bisschen nach vorne. Lass das Bein eben richtig lang. Wenn du dich hier stützen rufst, dann stützt du dich. Aber wenn es geht, dann nimmst du mal die Arme nach oben. Und dann ist dein Muskel. Wunder, wunderbar. Richtig schön. Tolles Tino in dem Morgen. Du hast es perfekt gemacht. Stütz dich nochmal ab. Schieb dich nach hinten um das Bein zu wechseln. Auch hier wieder. Großen Schritt nach vorne. Und lehn dich schön rein. Wenn du morgen wieder dabei bist. So bei der Bahn im Platz. So mit 10 Samstag. Ich bin hinter der Kamera. Also ich warte. Er warte euch. Und da könnt ihr dann auch gerne mit mir kommunizieren. Ich bin dann immer sehr schreiffreudig. Egal auf Instagram oder Facebook. Ich sehe das alles. Also da könnt ihr dann was reinschreiben. Und dann stützt du dich wieder ab. Schiebst dich zurück. Komm zum Stehen. Locker bitte. Deine Fußgelenke. Deine Kniegelenke. Deine Kniegelenke ein bisschen. Und zu guter Letzt die Schulter. Immer locker. Immer unten. Kopf gerade. Mit einem Lächeln im Gesicht. Du hast es super gemacht. Ich bin richtig, richtig stolz auf euch. Ganz, ganz toll. Danke fürs Mitmachen. Bleibt bitte, bitte dran. Das ist so wichtig. Bewegungsleben. Das ist nicht nur unser Motto. Das sollte auch euer Motto sein. Und multipliziert das Ganze bitte. Ihr seid die Vorbilder. Für Kinder. Für andere Erwachsenen. Für die Welt daraus. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Einen schönen Freitag. Liebe Grüße aus der AGS. Eure Mel. Tschüss.